So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke. Das ist der Ramses, das ist der Hannes. Moin. Der Hannes ist heute den letzten Tag da. Bei uns ist es jetzt ca. 12 Uhr. 16 Uhr fährt sein Zug. Wir haben gedacht, wir nehmen noch ein schönes Video auf. Denn ich habe vor einiger Zeit dieses Scoville Labor bestellt. Das fand ich total toll vom Design her. Guckt euch schon allein den Karton an. Da steht einfach Scoville Labor. Eine Hot Sauce Challenge. Das ist alles verschiedene Soßen. Das kann man ja mal so zeigen hier. Wenn wir das jetzt aufmachen. Da sind verschiedene Soßen drin. Von Mild Garlic bis zu Ghost Pepper. Verschiedene Schwierigkeitsgrade. Verschiedene Scoville Schärfen. Die werden wir euch aber alle gleich nochmal vorstellen. Dann habt ihr hier dieses Regal. Was man also dann aufstellt. Die Soßen draufstellt. Und hier in diesem Karton sind die Soßen drin. Ich finde schon alleine halt die Verpackung richtig cool. Hannes, zieh mal das raus. Ich zeige uns mal, wie das aussieht. Ein bisschen schräg am besten. Dass nichts rausfällt. Nichts einfach auf den Tisch. Das sind die Soßen. Die könnt ihr alle hier in das Regal stellen. Und da ist auch wahrscheinlich ordentlich was drin. Ich merke schon, hier ist auch eine Pipette. Sodass du das wirklich auf dein Essen tröpfeln kannst. Die wollen wir jetzt alle mal probieren. Sind drei, vier, fünf, zehn. Zehn Stück. Wir werden jetzt die Soßen da drauf machen. Immer einzeln so ein Nugget testen. Aber erstmal werden wir das Labor vollständig aufbauen. Und euch dann immer zeigen, welche Soße es ist. Was für einen Geschmack die haben soll. Und wie scharf die ist. Ich freue mich drauf. Und ich stelle euch erstmal wieder hier hin. Und damit wir Kraft haben zum Aufbauen, würde ich sagen, nehmen wir aber erstmal einen Schluck Paulaner Münchner Hell. Denn das ist in Hannes sein Lieblingsbier. Wir werden auch versuchen, zwischendurch nichts zu trinken. Wenn das ein normales Tasting wäre, hätte man ja sagen können, man probiert eine Soße mit einem Nugget. Danach trinkt man einen Schluck, um den Geschmack wegzukriegen. Um den Geschmack der neuen Soße aufzunehmen. Aber das soll ja eine Challenge sein, ob man die Schärfe abkann. Also wäre es ja unlogisch, zwischendurch zu trinken. Weil das sieht dann so aus, wie es ist viel zu scharf. Und man will das Brennen beseitigen. Obwohl wir ja keine Milch haben. Und Alkohol oder Bier oder kohlensäurehaltige Getränke, das ja eigentlich verschlimmern. Das weiß aber keiner. Daran denkt keiner. Und deswegen lassen wir das Trinken zwischendurch einfach weg. Und trinken jetzt vorher ganz kurz einen Schluck. Und bauen jetzt mal das Labor auf. So, wir haben es jetzt aufgebaut auf jeden Fall. Das sieht jetzt so aus. Von hinten. Ihr seht es gleich von vorne. Wir sind bereit. Ich habe mir hier den Deckel nochmal hingestellt. Da steht nochmal alles drin. Ich finde das sehr stylisch. So für in die Küche stellen. So ein kleines Küchelregal für unterwegs. Mal gucken, wie wir aufs Bild passen. So. Und dazwischen ist immer das. Nehmen wir uns immer hier eins raus. Wo muss man da jetzt anfangen? Hier. Hier auf der Seite, ja? Hier drüben. Dann ist das die erste Soße. Und das ist Mildgarlic. Mildgarlic Hot Sauce. Mit 493 Skobill. Okay. Mildgarlic ist also... Mildgarlic ist Knoblauch, ne? Weiß nicht. Tut man das immer rumschütteln oder nicht? Oder sonst das? Das stimmt man schon. Wie findet ihr das? Sieht das gut aus? Sieht man überhaupt irgendwas? Die Sonne brennt einfach auf das Etikett. Das sieht bestimmt richtig kacke aus. Was ich cool finde, ist, dass halt so eine Pipette dabei ist. Ich würde sagen, ich habe es ja nichts zuhabe. Ich drücke die Pipette mal rein und lasse los, dass sie sich vollsaugt. Wenn das so funktioniert. Ich gehe nochmal rein. Das ist schwierig. Du schaffst es also eigentlich sowieso nur immer, so einen Strang von der Pipette zu kriegen. Und den dann aufs erste Nugget zu machen. Nehmen wir mal hier drüben. Ne, hier das. Jetzt tropfen da was drauf, dass da ordentlich was drauf ist. Okay. Meine Pipette, ey. So, Hannes, für dich. Ja, mach drauf. Tue ich dir den hier mal würzen. Alles klar. So sieht das dann aus. Wir machen es auch zu. Mild. Garlic. Können das jetzt nämlich in die Hand nehmen, probieren das. 493, das ist eigentlich nichts. Das werdet ihr aber gleich sehen. Das werden wir auch sehen. Lass es jetzt schmecken. Prost. Hm. Da merkst du ja gar nichts. Ich merke nicht mal den Knoblauch. Ich merke wirklich nichts. Gar nichts, überhaupt nichts. Ich glaube, das hätte man wirklich jetzt mit Leuten machen müssen, die sonst nicht scharf essen. Wenigstens einen dabei, dass sie das vergleichen können. Hm. So ist halt komisch, aber trotzdem. Es steigert sich ja. Es steigert sich ja. Nach Mild Garlic haben wir Sweet Jalapeno. Statt 493, 563. Wir bleiben trotzdem weiterhin sehr weit unten. Die ist jetzt schön grün, wie man sieht. Weil Jalapeno sowieso immer so grünliche Färbung. Machen das mal auf. Tropfen uns wieder jeder eine Pipette auf das Essen. Nehme ich diesmal hier hinten den nämlich. Ja, schöne Farbe. Hat es auf jeden Fall. Da ist so wenig drauf. Ich glaube, ich nehme gleich noch eine dazu. So Hannes, reich mir mal deinen Teller ein Stück. Bitte. Ich packe dir das hier vorne auf das. Immer drauf. Und noch ein zweites Mal. Jawoll. Also das ist ja schön. Man denkt jetzt, die sind so brutal und gefährlich, dass du das nur mit einer Pipette drauf machen darfst. Aber ich denke mal, in erster Linie sind die Pipetten dafür, dass das halt eher so labormäßig wirkt. Ja. So. Sweet Jalapeno. Gut, ne? Ich merke eine deutliche Steigerung von der Schärfe. Von Null auf Null. Von Null. Auf 0,1. Ist auf jeden Fall ein Unterschied, finde ich. Wirkt aber auch gleich ein bisschen eher säuerlicher. Ja. Aber ich finde die hat einen richtig guten Geschmack. Leichten Essigen. Aber ja, super. Mir gefällt die aber. Ich finde, die bringt diesen original typischen Jalapeno-Geschmack mit. Garlik. Garlik habe ich nichts gemerkt. Garlik, ein bisschen muffig vielleicht. Aber dieses Sweet Jalapeno. Richtig stark. Könnte ich mir vorstellen, da wenn ein Pupsi sich mal eine Pizza geholt hat und sagt, sie braucht scharfe Soße, die kann sie auch nehmen, die kann sie auch vertragen. Ihr habt auf jeden Fall nochmal einen Jalapeno-Geschmack. Jalapeno ist eh immer so teuer und so. Die Leute geizen immer damit. Haustet ihr jetzt die Soße drauf, die hält bestimmt ewig, immer auf so kleinen Stückchen. Auf jeden Fall interessant. Interessant. Nächstes Hammer. Lese mal vor. Bacon Cayenne. Hot Sauce. Bacon Cayenne. Also Schinken und Cayenne ist ja Pfeffer. Wir kommen von 563 auf 607. Die hat wieder eine sehr orange Farbe. Die sieht theoretisch genauso aus wie die erste. Guck, wenn du es daneben hältst. Das ist dasselbe. Bacon Cayenne. Haben wir da jetzt Schinkengeschmack drin? Da bin ich mal gespannt. Der Pfeffer-Lote. Ja, wenn du diesen rauchigen Geschmack im Prinzip eigentlich haben, dann also. Boah, da ist die Pipette aber voll. Die ist fast bis oben hin. Das ist sehr gut. Hauen wir uns das jetzt auch mal hier hinten auf das drauf. Jawohl. So. Da gebe ich dir auch ein Pipette. Da ist noch Luftdrehen, Hannes. Luft, Hannes. Luft, Hannes. Und Rixus. Hier, auf das. Wunderbar. Also es hat schon irgendwie Style. Das ist schon so eine Spielerei. Mit den Pipetten sich das drauf zu machen. Mal gespannt, ob da jetzt Schinkengeschmack dabei ist. Na ja. Bacon Cayenne. Pfeffer steigt doch eigentlich auch immer in die Nase, oder? Pfeffer, ja, ja. Pfeffer steigt in die Nase. Aber ich denke mal, das hat so einen rauchigen Beckengeschmack. Pfeffer wird doch auch nicht in Skowille gemessen. Wasabi doch auch nicht. Das sind doch meistens bei Wasabi so ätherische Öle oder irgendwas. Aber na ja, mal gucken. Was? Gar nichts. Da merke ich gar nichts. Kein Bacon. Also ich habe mich ganz leicht in so eine Western-Richtung hingezogen gefühlt. Ich fand, ein bisschen Bacon habe ich rausgeschmeckt. Wenn du jetzt so einen, oder einen Barbecue-Burger hast, du packst das auch noch mit drauf. Das kombiniert sich bestimmt richtig gut. Ja, da hätte ich aber diesen rauchigen Geschmack mehr erwartet. Na ja, du musst halt mehr drauf machen. Du musst die Flasche halt dann austrinken und dann hast du den auch. Wahrscheinlich, ja. Als nächstes haben wir... Äh, Fire Chipotle Hot Sauce. Fiery Chipotle 710, Skowille von 607 auf 710. Lört sich gut an. Ist auf jeden Fall ein bisschen dunkler. Die anderen sind eher hell-orange. Die ist dunkel-orange, wenn man so nimmt. Sieht ein bisschen kräftiger aus als die Vorgänger. Fiery Chipotle. Wenn wir beim Subway sind, da packe ich mir auch immer die Chipotles auf West-Sauce. Auf der Sub und zusätzlich aber auch die Hot Sauce, weil ich das immer richtig genial finde. So, ich packe es wieder hier auf das. Eins, zwei, drei, vier, fünf, irgendwas noch hin und tausend. Sieht man eh nicht. Das ist bestimmt alles off-Bild. Wo? Ja, so jetzt hier, Hannes. Lass raus. Du kriegst hier auf dein Mittelding. Ja, was erwartet man bei Firely Chipotle? Einfach nur Feuer und Schaf und dann... Keinen richtigen Geschmack. Außer die Chipotle-Leute sagen, das ist Chipotle, ne? Da ist jetzt wieder Sauce drauf. Würde sagen, Prost. Guten Hunger. Hm, lecker. Also von Schärfe her finde ich trotzdem ist sie jetzt wie die erste. Mild-Garlic. Ziemlich, ziemlich, gar nichts vom Milden, aber trotzdem sehr lecker. Ja, geschmacklich vom Geschmack ist es wieder so ein bisschen... Es ist alles irgendwie wie ein bisschen Tabasco. Ja, ja, richtig. Es geht alles in so eine kleine Tabasco-Richtung, weil alles so nach Essig mäßig schmeckt. Genau, richtig. Aber von der Schärfe würde ich die mit dem ersten mit Mild-Garlic auf eine Stufe setzen. Ja. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt was ganz Besonderes. Hannes, es ist... Apple Whisky Habanero Hot Sauce, jawohl. Apple, ob die nach Apfel schmeckt. Apple Whisky. Apple Whisky Habanero. Eine Dreier-Soße. Das ist auch die einzigste mit drei Komponenten. Die anderen haben immer nur einen Doppelnamen. Wie Mild-Garlic, Sweet-Jalapeño, Bacon-Cayenne. Aber das ist Apple Whisky Habanero. Cool. Der erste Dreier hier hat auch eine ähnliche Farbe wie die letzte. Also ist wieder so ein bisschen dunkel-orange. Das ist interessant. Mit 1240. Es sind also, haben endlich die 1000 geknackt. Die 1000er Grenze, jawohl. Ihr wisst, Samyang-Nudeln haben 4000. Ja, da tue ich mir mal hier vorne da drauf, falls man das sieht. Passt, da ist ein Tropfen in der Mitte. Sehr ansprechend, dieser. Wenn es wirklich so einen leichten Apfelgeschmack hat. Du blickst den hier hinten. Ja, wunderbar. Wenn es wirklich so einen leichten Apfelgeschmack hat und die Habanero noch rausschmeckt und den Whisky, wohl auch eine gute Nummer. Riechen tut es nach Tabasco, wie immer. Den Apfel hat man einen ganz, ganz, ganz leichten Geschmack im Mund vom Apfel. Finde ich jetzt. Ich finde, das Nugget hat so einen extrem eigenen Geschmack so sehr, dass die Soße immer direkt untergeht. Beim ersten Reinbeißen habe ich aber den Habanero so rausgeschmeckt, weil der hat auf jeden Fall eine typische Note. Wir haben jetzt noch keinen Habanero gehabt. Jalapeño merkst du immer in eine Richtung. Ah ja. Und Habanero auch richtig typisch. Habanero Geschmack, auch wenn du Habanero und Chips hast oder irgendwas mit Habanero Chilis gemacht ist, merkst du. Das merkst du schon, ja. Cayenne, Garlic, da habe ich nichts gemerkt. Also eigene Geschmäcker, so, also Knoblau und so Pfeffer. Nee, wir sind für Jalapeño und Habanero. Auf jeden Fall. Das war auch die letzte Soße aus der ersten Reihe. Das heißt, wir gehen hier runter und werden wieder heller. Nachdem die letzten hier eher dunkel-orange waren, sieht die wieder eher so aus wie die erste und die dritte. Das ist eine... Spicy Garlic Hot Sauce. Nee, gut, aber deswegen. Vorhin hatten wir Mild Garlic, wo wir nichts gemerkt haben. Das ist jetzt scharfer Knoblauch. Spicy Garlic mit 3493. Das ist ein ordentlicher Schritt, weil wir haben uns die ganze Zeit nah beieinander bewegt. 400, 500, 600, 700. Dann haben wir plötzlich 1200, dann haben wir schon 3400. Also das macht einen ordentlichen Sprung. Das stimmt, ja. Das stimmt. Mal gucken, ob uns jetzt der Garlic überzeugt mit denen hier raus saugen. Das wollen wir richtig. Das ist wieder eine schöne Pipette voll. Jawohl. Da bräuchte man einen Kameramann, der regelt und überall drauf filmt. Hammernisch. Können wir uns nicht leisten. Eigentlich dachte ich auch, wir machen das, wenn Jenna noch da ist. Aber irgendwie haben wir so viel durcheinander und alles, dass wir da gar nicht mehr dazu kamen. Das stimmt, ja. Der Buser fehlt. Der Starrbeauftragter, der dahinter sitzt und die ganze Zeit auslacht. Spicy Garlic, wir sind gespannt. Da schmiert es schon alles runter. Ja. Das schmeckt. Das schmeckt. Das ist gut. Man schmeckt den leichten Knoblauch-Geschmack raus. Irgendwie hat das anders als Ralapeño Habanero einen Eigengeschmack gehabt, der jetzt stärker war und deutlicher. Ich würde nicht unbedingt sagen, dass ich wirklich Schärfe geschmeckt habe. Nein, nein, das nicht, aber die Kräftigkeit vom Knoblauch war da. War das eine angenehme Note, die wirklich präsent war, geschmeckt hat, wo ich mir denke, wow, auch die wäre bestimmt was für Pupsi mal zu probieren auf einer Pizza oder auf einem Burger. Definitiv, ja. Von den 3400 merkst du nichts. Die Schärfe von 3400 Spicy Garlic war für mich wie Mildgarlic mit 400. Ja, genau. Also da gehen 3000 komplett flöten. Ja. Du hast nur endlich mal einen Eigengeschmack gespürt. Richtig. Aber der war top. Ja, der war. So als Soßen wunderbar. Da freue ich mich schon. Demnächst, wenn ich esse, dass ich mir immer alles vollhauen kann mit allen möglichen Mühe. Jetzt haben wir als nächstes. Kicking Chalapenos Hot Soße. Genial, das steht genau da drunter. Hier ist eine grüne. Hier unten drunter ist die nächste grüne. Das sind die einzigsten zwei Jalapeno Soßen und deswegen sind die beide einfach grün. Ihr habt Kicking Jalapeno mit 3562. Die andere Jalapeno hatte 563. Also die hat auch sozusagen 3000 mehr. Fast das dreifache. Fast das dreifache. Ja. Wir hatten also Sweet gegen Kicking. Mal wieder schütteln. Mal wieder öffnen. Sweet gegen Kicking. Mal gucken, ob die kickt. Ich will mehr. 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 Mehr Bier in dem Aldi Korb. Mehr Hater wie der Drachenlord. So. Genau. Gleich mal aus mit dem Halten deines Tellers, dass nichts runterfällt. Typisch natürlich wieder. Grün. Grüne Sauce auf grünen Nuggets. Sieht gut aus. Ein Gurten. Sag du zuerst. Die Jalapeno schmeckt man raus. Aber von der Schärfe merke ich nichts. Ich fand die Sweet Jalapeno sogar irgendwie besser. Geschmacklich. Ja. Hat mir die Sweet Jalapeno mehr zugesagt. Weil Schärfe, ja. Schärfe merkst du auch nicht wirklich. Aber ich fand die Sweet Jalapeno hat mehr nach Jalapeno geschmeckt. Du schmeckst sie. Erstens das und vom Geschmack her war sie auch einfach besser. Junge, Junge, Junge. Was haben wir denn hier? Ja, also wir sind enttäuscht. Wir haben jetzt gedacht, nachdem dies so gut geschmeckt hat, reißt die jetzt noch was raus. Aber Schritt zurück. Die erste war irgendwie geschmacklich viel besser. Ja, definitiv. Jetzt haben wir hier. Habanero Heat Hot Sauce. Habanero Heat. Es gibt insgesamt drei Habanero Soßen. Wir haben die Apple Whisky Habanero gehabt. Deutlicher Habanero Geschmack. Haben jetzt Habanero Heat. Das ist aber nicht die letzte Habanero Soße. Habanero Heat hat 6.240. Zeigen wir nochmal hier rein. Ist wieder ein bisschen kräftiger. Ist sogar noch ein bisschen kräftiger als die. Ist ein bisschen dunkler. Kann man mit den letzten zwei gleichsetzen. Aber ist ja klar, die nächste ist ja auch wieder Habanero. Also Habanero Heat 6.200. Schauen wir mal, ob da jetzt was warm wird. Sieht aus wie Tomadensauce einfach. Immer da drauf. Immer drauf. Ja, das ist halt so eine Anfänger Babykiste da, ne Hannes. Ja, ja. Bei uns müssten sie mit 10.000 anfangen und immer 10.000 höher gehen. Ja, richtig. Und die letzte muss dann eine Million. Oh, da brauchst du aber viele Soßen. Aber ich glaube, da würde Sonner sich aber auch. Die könnte sich ja auch eigentlich im Prinzip gut durchessen. Die sind nicht so scharf. Kann wahrscheinlich jeder. Also beim nächsten Grillfest stellst du hier das Labor hin. Und jeder packt sich da irgendwo was drauf. Habanero Heat. Gordon. Wir hätten mehr Soße gebraucht. Wir hätten mehr Soße gebraucht. Der Anfang war richtig gut. Du beißst da rein. Du hast direkt die Soße am Mund. Du hast diese Habanero-typische Note. Dann ist direkt aber alles weg. Alles ist weg direkt. Das Nugget ist viel zu präsent. Die Soßen sind zu lasch. Die kommen nicht gegen das Nugget an. Geschmacklich fand ich es wunderbar. Hannes, der fällt vom Glauben ab. Ich sehe es schon. Wenn du da irgendwas hast. Ich glaube du musst dir die komplette Flasche auf den Döner hauen. Und dann schmeckt der Döner richtig gut nach Habanero. Dann wahrscheinlich schon. Habanero Heat. Was ist denn jetzt mit dir mit der? Nicht so? Ich weiß nicht wo ich die jetzt einordnen soll. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Besser als die Ralapeño davor. Ich weiß nicht wo ich die einordnen soll. Ach Hannes. Wenn Habanero Heat die nicht zusagt. Nimmst du einfach. Ja die Extreme Habanero. Das ist doch mal was. Extreme Habanero. Mit statt 628700. Ich hoffe die verspricht auch das was der Name sagt. Ja man wird wieder keinen Unterschied merken. Wahrscheinlich ja. Ja da hätte ich dann aber bitte zwei so Pimpetten drauf. Vielleicht wird das dann was. Zwei Pimpetten. Ja. Pimp. Hätte ich aber auch zwei nehmen. Weil da vielleicht mehr. Du willst ja nur dass der Teller wieder dreckig wird. Nachdem er gerade noch so sauber war. Jo danke. Alles zu nehmen. So extrem Habanero. Extrem alles am Finger. Jo. Extrem alles um drum drum. Mit Soße drauf. Ja. Jo. Also da merkt man auf jeden Fall deutlich schärfer auf der Zunge. Definitiv. Also die verspricht definitiv das was so wie sie auch heißt. extrem habanero verspricht auch was drin ist mit der hätte man eigentlich anfangen müssen und dann weiter hoch immer gehen aber ich fand aber trotzdem den geschmack komisch die ist zwar eine die wirklich endlich mal schärfe mitbringen aber mehr auch nicht geschmacklich hat mir die habanero heat wieder besser gefallen auch wenn da weniger schärfe ist am besten mal mischt beide hat die habanero extrem heat und dann hat sie auch drei namen du findest die gut ich finde die davor gut der hannes geht nämlich immer nur danach was am meisten brennt und ich gehe danach was schmeckt auch während es brennt das ist der unterschied jetzt haben wir die letzte soße schon und das ist die ghost pepper hot soße mit 11.300 wir kommen also von 8.700 auf 11.300 11.300 ist ungefähr so wie die three spicy nudeln von samyang weil die haben hier vier vier und acht acht und ungefähr 12.000 dann die three statt die two und die one ghost pepper aber das verstehe ich auch nicht weil es gibt ja auch so nudel cups mit ghost pepper und die haben eine million scoville und das ist ghost pepper und hat nur 11.000 haben sie halt von dem anderen mehr mehr gulasch mit reingemacht deswegen mehr extrakt mehr irgendwas die hätten mit ghost pepper wahrscheinlich locker an die 500.000 scoville oder so machen können in die soße rein aber sollte halt ein produkt sein was man auch einfach so mal essen kann oder auf einer party mitbringen ohne dass gleich alle sterben ich sehe schon hannes du willst zwei löffel nehme ich gerne auch dann tue ich mir auch zwei drauf muss ja auch leer werden hier dein kanser schublade muss ausgeräumt werden wunderbar hey mich so habe ich noch drei nuggets übrig und du vier irgendwas hast du nicht gegessen da sieht man mal dass unterschiedlich nach jetzt in der packung sind so ghost pepper 11.300 schmeckt bisschen süßlich am anfang ja ja weiter und dann kommt gleich da auch noch danach im nachhinein die schärfe raus und das ist gut mundet also ich habe jetzt keinen schärfe boost erlebt ich fand von der habanero heat so extrem habanero hat man noch mal einen brand und eine steigerung gemerkt jetzt habe ich gegessen und habe eigentlich nur die soße ohne dass noch mal was gezündet hat obwohl die ja noch mal 3000 mehr hat aber vielleicht ist das die vorbelastungen wenn du die aus nichts ist wirkt die viel schärfer als jetzt wo du vorher schon die anderen alle hattest vielleicht hätte man doch nach jeder soße kurz mit dem bier einen schluck nehmen müssen dass der geschmack wieder weg geht man sich neu auf die soßen einlässt aber so habt ihr ja gesehen sind wir einfach durchgelaufen wenn es wahrscheinlich auch noch die letzten drei dinger hier essen so machen wir hier jetzt noch was drauf möchte auch die letzten drei mit der soße warte mal mit noch einmal noch die ding hier die wasserband davor die machen wir jetzt hier ghost pepper überall such dir eine soße raus für deine und dann die haare ja das ganze labor mit guck dir die habe da will ich jetzt mal mal schauen kann es sich ist schnell meine drei weg ja ja mach ich kann ich dann noch filmen kann in ruhe so ich spiele jetzt den kameramann auf der seite zum abschluss noch mal erlebt wie cool das ist mit der pipette wie man das so drauf macht eine grüne brauchst du noch damit eine farbvielfalt hat ja das kommt jetzt die jalapeno dingsbums zwischen gelb und orange fehlt noch was grünes natürlich die untere weil die ist angeblich schärfer als die obere die probleme ist beide aus da ist aber auf jeden fall auch viel mehr drin in den soßen wir hatten ja mal hier diese das book of pleasure and pain da hat jeder einen löffel genommen und da war die soße gefühlt leer ja richtig und hier das ja sechs sieben acht löffel was weiß ich mal die gefäße die flaschen alles viel größer ist und viel mehr kriegst für deine gute book of pleasure and pain soßen waren dafür natürlich auch deutlich schärfer naja gut die haben wahrscheinlich mit 12.000 angefangen dafür waren es kleinere gefäße weil die sonstig ewig halten hier wenn du die hast da kannst du theoretisch eine ganze flasche mit dir in den bohnen eintopf reinhauen dann ist die leck ich muss jetzt gucken wie ich das mache weil ich muss die jetzt alle irgendwann verbrauchen der aus gekratzt also ich habe es nicht bereut ich fand es cool schon allein hier dass du so ein regal hast schon allein so einen tollen koffer den karton kannst du dir auch irgendwo hinstellen als erste hilfes set ich finde die aufmachung richtig cool dass hier alles einzeln dasteht du hast hier dieses heat wo extra dort steht mild 493 kick in spicy oh my und fire 11300 aber nicht bei uns ich habe in meiner wunschliste bei amazon sogar noch andere sachen da gibt es irgendwie noch so einen food truck mit chili soßen drin was halt so hat so food truck mäßig sein soßen auch verschiedene smoke smoke barbecue chili und irgendwas in der food truck edition dass du kein labor hast du hast halt so einen bus zum hinstellen mit soßen drin und da bin ich mal gespannt nach einer zeit werde ich mir das selber vielleicht noch was holen oder falls jemand sagt jetzt sollst du auch mal testen oder ihr wenn der hannes das nächste mal kommt könnt ihr das testen deswegen könnt ihr mal die wunschliste angucken wenn ihr einem freude noch machen wollt ansonsten werden wir uns die auch selber holen mal und immer wieder durchtesten weil das sind auch wieder ganz andere sorten ganz andere schärfen dabei danke hannes auf jeden fall für dich gerne für dieses super leckere tasting richtig tolle soßen würde ich euch empfehlen also wenn ihr gerne scharf es aber nicht zu übertrieben scharf haben wollt probiert mal diese scoville laboratori soßen wenn ich das ding noch findet kann ich es ja mal verlinken vergesse ich eh wieder das war es von unserer seite aus wir sehen uns beim nächsten mal bis dahin peace out vorhauen euer hannes es machte es june